Hi Leute, wir sind aber André und Christo. Wir sind hier heute zu Gast bei den Jungs und Mädels von GoFoid in Hagen, Studio 4 Digital. Und was machen wir hier? Wir drehen heute hier unser gemeinsames Musikvideo zum Song Herzschlag. Ja, das Ganze findet hier statt, wie ihr auch unschwer erkennen könnt hinter uns vor einer circa 15 Meter langen und 4 Meter hohen Leinwand. Und was sagst du zu den Aufnahmen, Chris? Einmalige Aufnahmen. Also ich glaube, solche Aufnahmen kriegt man auch wirklich nur hier umgesetzt. Ich glaube nicht, dass es das so oft gibt hier, so eine Leinwand. Nee, also wenn ihr irgendwie eine Idee habt, irgendwas digital umsetzen wollt, die Jungs und Mädels hier von GoFoid, die unterstützen euch in sämtlicher Hinsicht. Also Kamera, Schnitt, Aufbau, Abbau, Nebel, Licht, alles was ihr braucht, Ton auch. Und selbst wenn ihr nur mit einer einfachen Idee hier hinkommt, das Team hilft euch auch, diese vernünftig zu konzipieren und umzusetzen. Das heißt, hier seid ihr auf jeden Fall in den richtigen Händen. Bei jeglicher digitaler Produktion seid ihr hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse. GoFoid, Hagen. Studio 4 Digital.